Die Firma Ernst Kramer GbR stellt sich vor. Wir sind seit mehreren Generationen am südöstlichen Rand Hamburgs, an den Grenzen zu Schleswig-Holstein und Niedersachsen, in Kirchwerder, Kirchwerder Elbdeich 222 tätig. Unser Unternehmen hat sich in unseren weitläufigen Gewächshausanlagen auf die Vorzucht von Zwiebelgewächsen spezialisiert. An die 2 Millionen Zwiebeln werden in vorkonfektionierten Zwiebelarrangements terminiert vorgezogen, sodass sie den Endverbrauchern als bekannte Blumengrüße zu Weihnachten und Silvester oder Jahreszeiten gemäß als erste Frühlingsbroten im Handel entgegenleuchten. Unsere Kunden verteilen sich über den ganzen Norden der Republik und wir konnten nicht zuletzt durch Qualität und Lieferfähigkeit unseren Kundenkreis ständig erweitern. Wir möchten Ihnen die Weitläufigkeit der Gewächshaus- und Freiluftanlagen präsentieren und Händler zu einem ersten Kennennamen einladen. Unsere vielfältige Produktpalette mit einer hohen Angebotstiefe kann sich sehen lassen. Unabhängig davon, ob Sie die Ware abholen oder Sie sich durch unseren eigenen Fuhrpark liefern lassen. Unser Unternehmen konnte viele Händler begeistern. Warum nicht auch Sie? Kommen Sie vorbei, rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine Mail-Anfrage. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme, Ihr Team von Ernst Kramer GbR.